FC Barcelona gegen Union Berlin, eine zugegebenermaßen nicht ganz gewöhnliche Paarung beim AOK Traditionsmasters 2019 in der Mats Schmelinghalle zu Berlin ist das Spieltag Nummer 1 der Gruppe B. Union in Rot und Weiß kam etwas schneller aus den Startblöcken, das ist Karim Benjaminer, über die linke Seite scheitert knapp an Javi Guzman, der erste Nabelstich der Partie gehört Union. Doch dann wagen sich auch die Katalanen in die Offensive, Jofre Matteo hier von der linken Seite knapp am Tor vorbei. Achtung, jetzt wird es kurios, im Schatten der Kamera ist auf einmal Matuschka komplett frei und macht den rein, 0-1 Union. Thorsten Matuschka der Torschütze für Union Berlin bestritt er 281 Pflichtspiele, schoss dabei 61 Tore. Nur eine Minute später, Anschnallen für einen richtig guten Angriff, Thorsten Matuschka mit dem Doppelpass auf Halil Safran, 2-0 Union, fünfte Spielminute. Was für ein Angriff, als wären sie nie weg gewesen, Halil Safran der Torschütze von 2010 bis 2012, er aktiv bei den Köpenicker. Wie verdaut Barca jetzt diesen Doppelschlag? Die Antwort lautet Flucht nach vorn, Sergio Martinez schickt den knapp drüber. 2-0 Union also zur Pause, beide Mannschaften bekommen es in ihrer Gruppe ja noch mit Hertha und dem Karlsruher SC zu tun. Und in Halbzeit 2, Barcelona am Angriff, 1-2 nur noch, Hoffre Matteo bringt den unter. Der ist auch noch frisch, muss man sagen, hat 2017 erst seine Karriere beendet, der einmalige spanische Meister. Und jetzt nimmt diese Begegnung erst richtig Fahrt auf, indirekter Freistoß, Persig auf Halil Safran und der macht seinen Doppelpack. Der nächste super Angriff, Vorlagekampf von Tom Persig, Unions Rekordspieler mit 305 Einsätzen. Und wieder rüber auf die andere Seite, keine Minute danach, Hoffre gegen Boden und Hoffre zum 2-3 für Barca. Auch er holt sich den Doppelpack, ein klasse Tor, bittet hier Boden zum Tanz und befördert den unnachahmlich ins Gehäuse. Das Spiel jetzt fast auf Augenhöhe. Union auf der Suche nach dem 4-2. Sven Kaiser nimmt sich Zeit, hat auch Platz. Hier fehlt so ein wenig das Glück. Trotzdem nochmal die Unioner Kombination, Doppelpass über die linke Seite. Am Ende dieser Kombination steht Marco Gippert und versetzt Barca den Todesstoß. Die Zücken der Bande führen zum 4-2, zum letzten Zoll dieses Spiels. Union Berlin schlägt den FC Barcelona unterm Strich verdient mit 4-2. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.